Ich weiß, dass ich Hilfe brauche. So schwer ist das doch nicht. Einen Container bestellen, ausmisten. Du musst mir nur sagen, wo wir anfangen. Und dann seh ich da kein Problem. Kein Weg, oder? Nee, die brauch ich noch. Also, den kann ich nicht wegwerfen. Also, wenn ich das jetzt wegtu, dann... Lassen Sie sich los! Nein! Zehn Sachen hin und neun zurück. Das hätte auch schlimmer kommen können.